Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Dr. Jens Keller. Der Kammfilter-Effekt. Wieso heißt der so? Was macht der? Und kann man ihn vermeiden? Das erfahrt ihr in diesem Video. In der letzten Folge, über die Phase, haben wir gesehen oder vielmehr gehört, dass unter bestimmten Bedingungen sich zwei Schwingungen, Schallwellen, auslöschen können. Die Bedingung ist, es muss grundsätzlich erstmal das gleiche Signal sein, das gleich laut ist, das um 180 Grad in der Phase verschoben ist und das dann am Ende zusammengemischt wird. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Wir sehen hier eine Sinuswelle. Und wir sehen hier eine zweite, die genau 180 Grad in der Phase verschoben ist. Was heißt das jetzt? Stellen wir uns mal vor, wir wollen eine der beiden Wellen wiedergeben, zum Beispiel die blaue, und legen die jetzt an einen Lautsprecher an. Wenn es ins Positive geht, bewegt sich die Lautsprechermembran nach vorn. Wenn es ins Negative geht, bewegt sie sich nach hinten. Bei der roten, sehen wir, ist es genau umgedreht. Wenn ich die jetzt also zusammen mische und sage dem Lautsprecher, gibt es mal wieder, macht der gar nichts, denn ihm wird gesagt, bewegt dich nach vorn, bewegt dich nach hinten. Es löscht sich einfach gegenseitig aus. Die vollständige Auslöschung ist tatsächlich ein Extremfall. Wenn jetzt der Pegel beispielsweise nicht ganz gleich ist oder der Phasenversatz nicht ganz, 180 Grad, dann werden die Signale nur bedämpft. Man kann das aber unter Umständen trotzdem hören. Phasenversatz ist ja nichts anderes als Zeitversatz letzten Endes. Und wenn der irgendwo zwischen 3 und 20 Millisekunden liegt, das führt zu einem sogenannten Kammfilter-Effekt. Wir sehen hier mal, warum der so heißt, weil nämlich der Graph eines solchen Filters wie ein Kamm aussieht. Man sieht ganz deutlich die starken Einkerbungen, das sind im Prinzip die Auslöschungen. Auf der anderen Seite addieren sich manche Teile aber wiederum auch auf. Das heißt, ein Teil wird verstärkt, ein Teil wird ausgelöscht. Jetzt kann man sagen, das, was ich hier zeige, das ist ja nicht wirklich praxisnah. Doch, ist es. Weil genau das, was ich hier vorgemacht habe, mit diesen zwei verzögerten Signalen, erreicht ihr, wenn ihr beispielsweise in eurer DAW ein Signal habt und wollt jetzt zum Beispiel eine Parallelkompression machen. Das heißt, ihr kopiert einmal das Signal und auf die Kopie packt ihr einen Kompressor drauf. Dieses Kompressor-Plug-In braucht aber eine gewisse Zeit, damit es berechnet werden kann. Und schon ist der Zeitversatz da. Und mischt ihr jetzt diese beiden Signale zusammen, habt ihr einen Kammfilter-Effekt. Das kann man vermeiden, das wissen ja die DAW-Hersteller auch, dass sowas passiert, indem man den Latenzausgleich einschaltet. Was macht der? Der schiebt quasi die originale Spur im Zeitfenster ein kleines Stück nach hinten, so dass beide Spuren wieder gleich sind. Das Ganze muss aber nicht elektrisch auftreten, es kann auch akustisch auftreten. Beispielsweise, ihr gebt etwas über einen Lautsprecher wieder. In eurem kleinen Synthi-Studio zum Beispiel. Dann habt ihr einmal ein Signal, das direkt vom Lautsprecher an euer Ohr kommt. Und ihr habt ein Signal, das an der Wand daneben umgelenkt wird und auf euer Ohr trifft. Ihr habt das gleiche Signal, das zeitverzögert am Ohr ankommt. Und durch diese Erstreflektionen entsteht auch ein Kammfilter-Effekt. Genau deswegen versucht man beispielsweise, wenn man Regieräume designt, diese Reflection-Free-Zone zu erreichen, um genau das zu verhindern, dass diese erste Zeitverzögerung, die eben zwischen 3 Millisekunden und 20 Millisekunden am Ohr aufträfe, zu verhindern. Noch ein drittes praktisches Anwendungsbeispiel. Ihr wollt etwas aufnehmen mit einem Mikrofon. Sagen wir mal, ihr habt irgendwo gelesen, dass es durchaus interessant sein kann, einen Gitarrenverstärker mit mehreren Mikrofonen abzunehmen. So, jetzt schreitet ihr zur Tat und stellt zwei Mikrofone vor den Gitarren-Amp. Wenn die nicht den gleichen Abstand zwischen Lautsprechermembran und Mikrofonmembran haben, sondern das irgendwie zueinander verschoben ist, dann kommt genau dieser Kammfilter wieder ins Spiel, weil es eine Phasenverschiebung zwischen den zwei Signalen gibt. Das vermeidet man tatsächlich entweder, indem man nur ein Mikrofon verwendet oder aber indem man sicherstellt, dass Lautsprechermembran und Mikrofonmembran bei beiden Mikrofonen den gleichen Abstand haben. Kann jetzt ein solcher Kammfilter-Effekt auch gewollt sein? Könnte ja sein. Ja, kann er. Es gibt nämlich Effektgeräte, die genau damit arbeiten. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst mich das doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn das Video geliked und geteilt wird. Und natürlich freue ich mich immer ganz besonders, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr das tut, nicht vergessen, die Glocke zu lorten, damit ihr das nächste Video nächste Woche nicht verpasst. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.